hallo und schönen guten morgen an sich wollte ich dieses video draußen im freien machen aber das wetter hat mir da einen strich durch die rechnung gemacht es regnet es stürmt und so werde ich den teil wo ich das messer teste eben nachholen und nun mal zum messer es ist ein lupo 2.0 vom nino angelehnt an seinen ersten gebauten lupo von vor fünf jahren glaube ich und hier ist nun das gute stück und da wollen wir wollen wir uns zuerst mal die scheide betrachten und das messer mal außen vor lassen hier ist nun das gute stück wie immer eine erstklassige sattlerarbeit und das hat ein paar sachen die er feuer an seinen scheiden nicht hatte zum beispiel die aufnahme für den keramik schärfstab da sehen wir hier unten so eine kleine nase da liegt der an er kann also nach unten nicht weg und nach oben wird er durch die sehr stabile schlaufe hier gehalten auf der anderen seite das gleiche da passt ein zehn millimeter feierstil rein und die ganze scheide ist aus büffelleder gefertigt wunderschön punziert mit toll aussehenden nähten und natürlich bleibt der nino nicht auf einmal erreicht der qualität stehen er hat hier wieder eine verbesserung dran und zwar ist dass hier dieser eingebaute magnet der funktioniert super und hält die sicherungs schlaufe super fest so dass man das messer ziehen kann ohne diese lasche zu schneiden wirklich ein tolles tolles wie soll ich sagen eine tolle neuerung ihre eingeführt hat einfach top wir haben hier eine sehr große gürtel schlaufe da passen auch riesengürtel durch und hier unten natürlich die lasche mit den zwei löchern um das messer am bein zu fixieren alles sehr sauber gemacht hier oben mit seinem logo legion 14 farblich abgesetzte lederteile wunderschön und alles sehr sehr sauber punziert und jetzt mal zum messer das ist natürlich wieder ein ein richtiger brocken ein kracher von messer das ist angelehnt an die klingen formen die er als erstes gebaut hat damals mit konvexem anschliff dieses mal mit hohlschiff und einer ausgeprägten sekundärphase oder schneidphase das messer ist ratten scharf wir haben hier wüsten eisenholz das wunderschön gemasert ist unterlegt mit roten linern alles sehr sauber verrundet und griffschale und kleiner mit messen pins vernetet oder befestigt auf dieser einen seite sehen wir natürlich das logo vom nino hier oben mit den großen chimpings die traktion verleihen aber auch nicht zu aggressiv sind wir haben hier unten vor dem ersten toll hier der sehr tief in die klinge ein greift so dass der dauer der der zeigefinger hier nach oben nach vorne und nach unten gehalten wird wir haben hier ein leichtes chimping um auch den finger hier aufzulegen wenn man das besser kürzer nimmt wir haben hier einen joy so dass man das messer weiter hinten nehmen kann zum hacken wir haben hier hinten ein schlagstück ebenfalls mit bohrungen und diese bohrung in verbindung mit dieser kann man eben das messer auch einem an einem stock befestigen oder man kann sich hier ein längert dran knüpfen um das messer noch sicherer zu halten die verarbeitung ist wieder erste sahne ein hohlschliff super schön ausgeführt ein tolles finnisch auf der klinge und nun wollen wir mal zu den maßen kommen wir haben hier eine klingen stärke von 5,3 mm das ist schon gewaltig aber trotzdem immer noch führig genug die länge moment da muss ich doch mal meinen zollstock daraus nehmen die klingenlänge hat an der kürzesten stelle gemessen hier oben 19,2 zentimeter und hier unten mit dem mit dem griffstück höher gemessen hat diese klinge 21,2 zentimeter brauchbare schneide von hier bis hier 19 zentimeter die klingen höhe ist an der höchsten stelle satte fünf zentimeter was mir persönlich sehr gut gefällt ich mag hohe klingen ja es ist jetzt schade dass draus kein wetter ist ich wollte draus das messer der nido hat gesagt ich soll das mal draußen im freien testen hacken schnitzen und auch dieses schlagstück hier hinten soll ich mal testen um es zu zerfasern man kann hier auch auch den daumen auflegen der wird hier sicher sicher gehalten war ich kann in dem bild einfach wieder ein gelungenes gelungenes messer wollen wir mal kurz gucken wie das hier zerteilt das ist ja so ein kletterseil und das geht da wunderbar durch das ist nie nur sein persönliches messer deswegen darf ich das auch draußen benutzen und da wird ganz sicher noch ein video kommen super klasse ob ich irgendwo ein spiel papier finde hier haben wir so was das ist also am feinsten die schärfe die der nido da seine messer dran bringt einfach toll das wäre mal eine kurze vorstellung zu dem messer ich weiß nicht ob ich schon gesagt habe die klinge ist aus rbl 34 die ist in etwa wie der 154 cm da ist ein bisschen chrom molydän und vanadium beigemischt so dass die klinge sehr zäh eine hohe kanten festigkeit und eine anständige rost trägheit besitzt hier auf der seite wieder das lupo 2.0 und hier natürlich sein springendes pferdchen legion 14 amorum wieder ein tolles wunderschönes messer allein die griffschalen sind schon eine augenweite ein wunderschönes muster in diesem wüsteneisenholz das einen schönen kontrast bildet mit den roten linern alles wunderbar verrundet da gibt es also gar nichts dran zu mecken meckern wunderschönes messer und zu einem wunderschönen messer gehört natürlich auch die passende scheide ja das wäre es im moment mal gewesen da folgt noch ein video wenn ich mit dem messer arbeite bis dahin und das wäre es dann gewesen tschüss tschüss